Hey Leute, willkommen zurück zur letzten Folge von Maxplay Stronghold HD. Denn in der letzten Folge haben wir die 20. und vorletzte Mission Zähneknirschen abgeschlossen, die... Ah, was könnte es mit Zähneknirschen zu tun haben? Weiß jetzt auch nicht, vielleicht dass wir Zähneknirschchen angucken mussten, wie wir keine Wirtschaft aufbauen konnten. Vielleicht das, vielleicht auch, weil es so schwer sein sollte. Also ich fand es auch auf sehr schwer relativ simpel. Ganz anders als jetzt die letzte Mission. Die habe ich schon als Kind schon immer gehasst. Alle anderen habe ich noch ziemlich gut hinbekommen, aber die und das Ende des Schweins waren so meine Hassmission. Ja, und sie heißt jetzt nicht das Ende des Wölfs, sondern die Rache. Auch okay. Als euer Vater blutend vor mir lag, bettelte er darum, ich möge sein Leben beenden. Es bereitet mir Vergnügen, seine Qualen zu sehen, so wie ich auch euer Leiden genießen werde. Tretet ein in meinen Bau und macht euch bereit, eurem Schöpfer zu begegnen. Ich habe schon viel von euren Heldentaten gehört, doch leider konnte ich euch noch nicht dabei zusehen. Ich werde euch das Kommando über meine Armee übergeben und ihr sollt die Ehre haben, den letzten Schlag zu koordinieren. Sir Longarm und ich werden euch beobachten. Bereitet dem Treiben des Wolfs mit den vereinten Streitkräften des Königs und Sir Longarms ein Ende. Er hat bereits den Großteil seiner Armee ausgelöscht, doch dem Wolf bleiben noch zahlreiche Männer und sein Bollwerk gilt als uneinnehmbar. Er hat das Geheimnis des kochenden Öls entdeckt, dringt also nicht zu ungestüm vor. Setz stattdessen die neuen Tribocke ein, um ihn aus der Ferne zu schwächen. Ja, ist klar. Setz gegen Stuppen außer Gefecht, indem ihr sie mit Kühn werft. Oh ja, das haben wir ja noch gar nicht verwendet, aber das ist hier auch sehr wichtig, weil ihr werdet gleich sehen, wieso. All das ist die Vereinigte Armee von Sir Longarm und des Königs. Also, naja, Schauerland. Fünf Baumeister. So. Das ist wichtig. Womit kann ich dienen? Und weiter. So. Wie auch das Schwein schickt der Wolf Streitkommenkämpfer und Ritter vorher raus. Nennt euren Wunsch. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Weiß nicht, wie viele da noch kommen. Okay, da sind noch ein paar. Ich kann mal das mal ein bisschen besser positionieren hier. Also, die alle gleichzeitig schießen. Mein Schatz. Die sind nur da, um die zu verteidigen. Kann ich nicht einfach sagen, stopp. Haha. Da ist die Alex steckt. Ja, schießt die mal ja gut weg. Okay. Ja, gucken wir uns derzeit das Ballberg an. Also, wir haben hier einen netten Bograben mit wahrscheinlich, wenn ich das mal so angucke, schön Pech auch drumherum. Die Hundekäfige sind so das geringere Problem. Problem sind die Mange, die Balliste hier. Noch Ballistemange hinten. Der Atom hier oben ist relativ uninteressant, würde ich sagen. Dann haben wir hier noch eine Mange. Also, och, und hier auch noch. Also, die wegzuschießen, wäre nochmal richtig cool. Ich erinnere mich außerdem noch, dass hier alles mit Pech ausgelegt ist, sodass wir wirklich sehr gut vorgehen müssen. Also, hier von unten sehe ich jetzt nicht viele Möglichkeiten. Wir müssten wirklich versuchen, hier die beiden Türme hier vorne kaputt zu schießen. Die Armbrustschützen hier drauf stören auch etwas. Also, eventuell noch die Armbrustschützen dann. Also, das Torhaus. Ja, hier sind auch noch Armbrustschützen drauf. Aber hier ist eine Balliste und Armbrustschützen. Also, wäre es cool, wenn wir das noch wegschießen. Die Mange hier eventuell noch. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir reinkommen. Also, ja, wir brauchen vor allen Dingen erstmal einen Freiwilligen. Also, wir können jetzt erstmal kurz speichern. Hier. Jetzt nehmen wir mal, du bist ein Freiwilliger. Die Frage ist, ab wann die Mange, äh, wann die Balliste schießt. Okay. Noch eins. Ab da. Sehr wohl, mein Herr. Okay, ab dort ist frei. Wir speichern trotzdem nochmal. Und speichern. Wir haben auch nur... Ihr könnt auf uns zählen. Fünf. Auf den Weg. Bauermeister. Ziel ist notiert. Unser Werkzeug ist bereit. Da hin. Konstruieren Belagerungsgeräte. Klappt das? Das klappt. Jetzt müssen wir ihn erreichen können. Nice. So, das beides ich mir jetzt auch vorher, weil... Und speichern. Alle Steine sind wichtig. Flugsahl ist berechnet. Nice. Macht doch ordentlich Schaden. Also ein Fünftel oder so. Ah, vielleicht ein bisschen weniger. Trotzdem. Geil. Sagen wir ein Siebentel. Ja, ein Siebentel könne hinkommen. Achtel oder ein Siebentel. So, das soll er nicht machen. Noch nur 20 Versuche. Ja, das soll er auch nicht machen. Mensch, jetzt triff ihn. Gibt's doch nicht. Wenn er weiter so schlecht trifft, müssen wir wirklich nochmal neu laden. Also ich möchte mindestens diesen Turm und den anderen, äh, angeschossen haben. Das gibt's doch nicht. Jetzt. Hallo? Wohin gehen wir? Das ist... Okay. Ähm. Genau. Flugbahn ist berechnet. Ich versuche dann schon den nächsten Stein gut zu lenken. Flugbahn ist berechnet. Gibt's doch nicht. Er schießt super viel daneben. Naja, mal gucken mal, wie... wie es weiter so läuft. Flugbahn ist berechnet. Okay, er lässt sich nicht so schnell ummünzen. Egal. Naja, so ein Mittlerer. So, jetzt ist die große Frage. Okay, kommen alle drei raus. Balliste ist jetzt eh Geschichte, ne? Okay. Das heben wir mal noch auf, weil wir es eventuell brauchen könnten, um Kühe... ähm... zu schießen. Konstruieren Belagerungsgeräte. Tribok bereit. Flugbahn ist berechnet. Ja, Tor ist es auch nicht so schlimm, wenn du es triffst. Die Frage ist ja, ob wir... Oh, das solltest du nicht. Alle Bogenschützer, die mit Feuer schießen können, irgendwie Feuer wegkriegt, dass man keine Angst vor großem Brand haben muss. Hm. Nicht so. Beide gelb, aber... Triebock bereit, Sire. Die sollen nicht gelb sein, die sollen kaputt sein. Mensch, jetzt trifft er mal ordentlich, Kollege. Das ist ein Ruf, als die genaueste Belagerungseinheit zu folieren. Trifft er mal so ein bisschen beide. Ist auch nicht schlecht, solange am Ende beide kaputt sind. Sieben Schuss hat er noch. Wenn er nicht trifft, müsste das reichen. Okay, noch ein oder zwei auf den Turm. Einen. Okay. Noch zwei, ne? Oder? Ah, der letzte ging sogar noch auf das Turm. Und tot. Okay, jetzt haben wir keinen Schuss mehr. Jetzt müssen wir trotzdem... Wie weit kannst du die Kühe? Weit genug. Also speichern wir mal kurz. Ähm. Die können wir alle hier von der Seite aus lockerflockig wegschießen. Wichtig wären... Vielleicht... Die Armbuss-Schützen. Ja. Der ist tot. Der ist tot. Komm, der könnte auch noch sterben mit etwas Glück. Der ist nicht ganz so wichtig. So, der hat zwar einen Apotheker, glaube ich. Ja. Der kommt wahrscheinlich nur zu spät. Vor allem, weil dieses Tor zu ist. So, da hinten sind noch ein paar Bogenschützen. Aber das ist alles nicht ganz so wichtig. Jetzt wäre eigentlich cool... Einen aufzustellen, der sowohl die Balliste als auch die Mange hinten erwischt. Ähm. Wir speichern erstmal nochmal. Und speichern. Wir benötigen Steine. Nehmen wir nochmal unseren Freiwilligen. Wir rücken aus. Die Frage ist, ob wir jetzt nicht vorher sogar die Bogenschützen kurz runterholen müssten. Und weiter. Sehr wohl, mein Herr. Okay, das machen wir die Armbuss-Schützen. Wir rücken aus. Und weiter. Okay. Sehr wohl, mein Herr. Wir rücken aus. Und weiter. Sehr wohl, mein Herr. Das habe ich geteuchtet. Und weiter. Vielleicht reicht es hier aber schon. Wir rücken aus. Und weiter. Sehr wohl, mein Herr. Okay. Okay, versuchen wir es mal von dort. Und speichern. Wir benötigen Steine. Verlassen Belagerungsgeräte. Wie viel Geld haben wir noch? 700. Das sind noch ein paar. Tribocke. Kontrollieren Belagerungsgeräte. Gucken wir mal, ob das so klappt oder ob die mich dann doch beschießen. Manchmal ist das nicht so eindeutig. Nö, das sieht gut aus. Ja, ich speichere hier ein bisschen oft, weil das wirklich eine blöde Mission ist, wenn man jetzt einfach alles nochmal machen müsste. Okay, das erreichen wir nicht ganz, aber erstmal diese Balliste wieder hinten. Gucken wir mal, wiefern der Turm hier davor im Weg ist. Eigentlich hat er mit 20 Schuss mehr als genug, um den Turm kaputt zu kriegen. Eigentlich. Oh, das, oh, 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 stopp, stopp. Das reicht eigentlich schon. Oder? Reicht das schon? Was könnte er jetzt sonst anschießen? Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Und den Turm hier vorne. Machen wir alle nicht so Sorgen irgendwie. Der Turm hinten. Auf gut Glück hier rein, vorne ist auch Quatsch. So, das ist jetzt ein bisschen. Auf jeden Fall ist das gut, dass er die Balliste erwischt hat. Ja, versuchen wir einfach noch ein bisschen den Turm kaputt zu machen. Lassen wir mal einen Armbrustschützen drauf. Wenn wir das Glück bekommen, wir dann da hinten auch noch ein bisschen Seuche hingeworfen. Den nächsten Treiburg könnte ich dann so bauen, dass wir die Seite erreichen. Da würde auch reichen, wenn wir den Turm kaputt kriegen. Okay. Die Burgschützen hier vorne. Und auch die hier hinten. Die hatte ich dann, denke ich, so mit ein paar Schilden. Und meinen Fernkämpfern machen. Das sind nicht viele Fernkämpfer, aber mit ein paar Schilden dazu. Wie viele hast du denn noch? Sechs. Das wird wahrscheinlich nichts mit dem Turm, hm? Damit kann ich dienen. Nennt euren Wunsch. Mit 4 wäre das wahrscheinlich nichts. Können wir uns trotzdem mal so behalten, weil wenn er das nächste Teiburg den Turm kaputt kriegt, ohne die komplette Munition zu verbrauchen. Dann können wir mit ein paar letzten Schüssen noch versuchen, den Turm auch noch kaputt zu machen. Okay, das einzige Problem jetzt ist, dass wir... Was können wir hier hinten an? Okay. Auch nur Bogenschützen. Einziges Problem ist jetzt, dass wir die Bogenschützen erstmal loswerden müssen. Was soll konstruiert werden? Ihr macht mal zwei Schilde. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ihr könnt auf uns zählen. Eins. Wohin gehen wir? Zwei. Schild bereit! Eure Lordschaft! So. Eure Befehle? Bereits! Schild bereit! Eure Lordschaft! Bereits! Müssen jetzt mal die Leute da loswerden. Und speichern. Bin zur Stelle! Zur Stelle! Schild bereit! Eure Lordschaft! Die sind die langsamsten. Und ja! Schild bereit! Bogenschützen! Mein Bogen ist euer! So. Mein Herr! In Bewegung! Vorwärts! Schild bereit! Eure Lordschaft! Schild wird neu positioniert! Eure Befehle? Waffen geschuld zur Stelle! Schild bereit! Eure Lordschaft! Eure Lordschaft! Ja! Bogen gespannt! Reicht er hin? Visiere an! Sehr gut. Jetzt seht ihr, was ich meine. Ich meine, die könnten auch die einfach hier in aller Ruhe abschießen. Ah, die müssen wir in aller Ruhe, wie ich dachte, aber okay. Haben wir noch ein paar Feinkempfer, die wir hier loswerden könnten von der Seite aus. Hm. Hier sind es die auf den Mauern. Bogenschützen bereit! Zur Stelle! Schild bereit! Eure Lordschaft! Das hat die da hinten, ne? Mein Bogen ist... Schild bereit! Eure Lordschaft! Ich meine, von außen hin. Mein Herr! Und los! Schild bereit! Schild bereit! Eure Lordschaft! Den hätte ich gern noch weg. Dann könnte ich hier mit der nächsten Trittbock, äh, Front da hinten mal vorrücken. Eure Befehle? Schild bereit! Schild bereit! Eure Lordschaft! Bin zur Stelle! Schild bereit! Eure Lordschaft! Okay. Ja! Zur Stelle! Und schild bereit! Bogenschützen bereit! Gucken, nicht, dass ich jetzt hier die Mangel gleich los schieße. Pfeile bereit! Okay, der ist tot. Mein Bogen ist euer! Mal wieder zurück. So, wo ist unser Freiwilliger? Jetzt ist die Frage, hier war der Turm. Jetzt müssten wir ungefähr dort, die Mangel schießt nicht auf einen einzelnen, sondern nur auf einen Belagerungsgerät. Da müsste ich jetzt mal, die benötigen Stein lassen, der Lagerungsgeräte. Mal so auf gut dünken, da hinsetzen. Auch keine Fernkämpfer, die angreifen. Das ist gut. Und wir erreichen den Turm. Sehr gut. Kurzer Zwischenversuch. Komm, wen ist denn den Bogenschützen dort denn ein? Ja, der stirbt. Und die kriegen ein bisschen Schaden vielleicht? Wenn überhaupt. Das ist gar nicht, was ich mir den ganzen Drittern sonst hier anstellen soll. Die Sprüche sind natürlich super. Mein Lieblingsspruch kam noch gar nicht. Das war ja mal absolut ungenau. Die, wie gesagt, schießen wir dann einfach, schießen wir dann einfach nieder. Nur jeden Fernkämpfer, den wir nicht nieder schießen müssen, ist gut. Aber wenn der jetzt nicht trifft, dann lade ich einfach nochmal. Gucken, wie es sich ausbreitet, aber ich glaube, das lade ich einfach nochmal. Oh. Ja, so richtig viel Schaden macht es nicht. Da kann man auch sein lassen. Ja. Sparen wir uns die Kühe lieber für Armbrustschützen oder sonst. Lange ist auch. Geil. Trifft super. Reicht das dann auch, um durchzurennen? Ja. Das würde reichen. Das Torhaus kann man natürlich auch kaputt machen. Dann habe ich auch kein Problem mit. Aber eigentlich geht es nur um diesen Turm. Triebock bereit, Sire. Hier ist noch eine Mangel, die dann weg muss. Wie viel Gold? Man könnte noch zwei Triebocken bauen. Das werden wir wahrscheinlich auch nutzen. Den Sturmbock, ja. Eigentlich war es gut noch. Hm. Schwierig. Schwierig. Komm, triff. Ja schön, jetzt auf den Turm noch. Und du triffst vielleicht das Torhaus noch? Nee. Cool. Wenn ihr das, was seine Kollegen angefangen hatten. So, und jetzt könnte man nämlich gucken, trifft er noch einen dort? Okay. Jetzt könnte man versuchen, die Armbrust schützen loszuwerden. Mach's gut, Bessi. Das ist mein Lieblingsspruch dabei. Okay, das war jetzt nicht so. Und jetzt darf doch der Apotheker los ran. Ja. Ja, okay. Die könnte auch kaputt machen. Aber eigentlich geht es mir um die Armbrust schützen. Ja. Bisschen schadenartig gemacht. Jetzt muss ich, glaube ich, warten, bis der Apotheker ist wieder zurückgegangen. Wenn der, ja, wenn der gerade dort ist, direkt, wenn ich die Kuh schieße, dann ist es natürlich Quatsch. Ähm, so. Jetzt haben wir soweit gecleart. Wichtig ist, wirkschen wirklich noch hier. Die Mange und die Balliste hinten. Die Mange. Geht mir vielleicht auch noch weggeschossen, aber die schießt auch auf Belagerungsgeräte. Belagerungsgeräte, also. Hm, ich kriege nicht alles weg. Das Vieh ist bereit. Das Vieh ist bereit. Wui. Er dreht also um. Also müsste ich wirklich warten, bis er komplett zurück ist, ja. Vorher war ja das Tor ist noch im Weg, aber das ist ja jetzt Geschichte. Ich habe mich ja darum gekümmert. Der Ampurs Schütze kommt, der könnte doch umfallen. Naja, gut. Ja, machen wir hier mal kurz auf 90, dass er schnell wieder weg ist. Die kriegt man vielleicht auch, wenn wir uns hier auf so einen Turm stellen. Nur die Balliste hätte ich gern weg. So, wo ist er, Kollege? Weit genug weg. Komm. Na ja, Schüls Neues Glück. Oh. Der hat gesessen. Und er da hinten hat irgendwie keine Lust. Das besuchen wir mal noch mit einem anderen. Hören wir mal auf. Okay, das war ein Turm. Gut. Belassen wir es dabei. Was machen wir mit den letzten Schüssen hier? Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Wenn ich es noch ganz kaputt machen. Wenn wir schon mal dabei sind. Ah, genau. Das muss noch der letzte Schuss gewesen sein. Ja. Gut. Jetzt ist die Frage, was wir mit dem Rest machen. Erstmal wieder runter. Und jetzt könnten wir noch diese Mange wegballern. Und einen dieser Türme. Aber nicht beide. Den anderen Türmen müssten wir Türmen. Den anderen Türmen. Oder wir versuchen jetzt noch die Mange hier. und dann irgendwie die Mange an der kommen wir an, die muss weg. Gebt uns eine Aufgabe. Können wir helfen? Da führt nichts dran vorbei, würde ich sagen. Die muss weg. Das sind noch ein paar Bogenschützen. Die Armposchützen hier sind auch noch uncool. Was ich gucken wollte. Das kann ich jetzt nicht, ne? Weil der Schild bereit, eure Lordschaft. Wir hatten hier auch schon zwei Schilde. Schild wird neu positioniert. Cool. Hätte ich ja da gebraucht. Belagerungsturm bereit. Langsame kommen nicht rüber. Schilden kann man auch an die Torhäuser hier hinten stellen, wenn man das will. Ähm. Okay, eins nach dem Euerland. Okay, sieht gut aus. So, jetzt nochmal speichern. Ihr seht, das wird ein bisschen eine längere Folge. Der Sturm selber wird da nicht so lang, aber die Vorbereitung. Konstruieren Belagerungsgeräte. Aber das reicht von der Entfernung. Okay, das ist sogar zu nah dran. Und laden. Was wünscht ihr? Konstruieren Belagerungsgeräte. Das ist weit genug weg. Das müssen wir nur noch auch erreichen. Tribok bereit, Sire. Ja, das möchte ich vorher speichern, weil der Turm, den möchte ich weg haben komplett. Tribok bereit, Sire. Erst dann, gucke ich, mache ich weiter. Kann man auch wieder hochstellen. Das ist vielleicht nicht so lange dauert hier alles. Daneben. Treffer. Daneben. Daneben. Mensch. Ist auch immer gut. Sehr gut. Hat es hier so mit links, ne? So einen leichten links. Vielleicht ist die Windrichtung schlecht. Sag mal. Ist auch mal rechts vorbei, aber kriegt er hin. Kriegt er hin. Weil der Turm eigentlich auch ganz nett gewesen wäre, um dann hier zu clearn, aber die Mange möchte ich trotzdem weg haben. Du wirst doch jetzt wohl am Ende das noch hinkriegen, oder? Kollege. Sie müssen beide treffen, sonst wird's nix. Ja, super. Das ist ja toll gemacht, Kollege. Triebock bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Triebock bereit, Sire. Der kommt irgendwie nicht so richtig mit dem Zielwinkel klar. Kann das sein? So, wie stören wir dann überhaupt? Also ich würde dann langsam mit Fernkämpfern vorrücken, um hier alle drinnen so wegzufischen. Hm. Die Fernkämpfer hier sind ein Problem. Die da oben würde ich auch gerne von der Seite her wegschießen. Die Armbrustschützen sind echt ein bisschen nervig dort. Das sind die einzigen noch, außer denen. Die kriegen wir aber auch mit weggeschossen. Das sind auch die letzten. Die stören aber vielleicht nicht mehr so sehr. Mal gucken. Wie viele Schwertkämpfer haben wir denn? Zwölf. Und zehn davon. Hat der Schwertkämpfer oben noch die ihn verteidigen? Nein. Schafft das bitte diesmal? Einen Treffer noch. Ich glaube, das ist sein letzter Schuss, ne? Die nötigen Steine. Och Mann. Und laden. Tribock bereit. Einen Job. Das ist eine Aufgabe. Von hier komme ich irgendwie rein. Und man versucht doch, den Turm kaputt zu machen, anstatt den. Man versucht vorher, hier alles zu klären. Das muss ich dann... Wir haben auch noch einen Katapult. Katapulte bringt nicht so viel. Also, dass die halt einen anderen Winkel haben. Da könnte... Das kann man manchmal brauchen. Die machen weniger Schaden als ein Tribock, glaube ich. Hm. Ja, dann langsam mit Fernkämpfern mal vorrücken. Oder erstmal hier an der Seite besser. Dass wir auch noch die mit Feuer... Diese wären auch noch wichtig. Die Feuerleute wegkriegt. Das ist natürlich mal wesentlich besser. Warum nicht gleich so? Einmal noch. Oder zweimal. Noch einmal. Sehr schön. Hast du noch einen Schuss frei? Ähm. Ist mir eigentlich egal. Den Turm. Okay. Jetzt vielleicht noch eine Kuh da drauf. Wir benötigen Steine. Die ist schon halb verwest. Mach's gut, Bessie. Äh. Die war nicht so cool. So, Apotheker, komm her und wieder zurück. Wir benötigen Steine. Hm, hm, hm. Den sind auch noch ein paar Bogenschützen, ne? Naja, okay. Hm, hm, hm. Cool wäre eigentlich, wenn wir uns hier rauf positionieren könnten am Ende und darauf schießen können. Also, wenn wir diesen, ähm, Belagerungsturm wirklich hierfür verwenden. Bloß weg damit! Mach's gut, Bessie. Oh. Nicht gewollt, aber sehr gut. Ähm. Wir benötigen Steine. Das Vieh ist bereit. Pff. Na, komm mal ein noch. Schade, gegen eine Mauer geflogen. So, jetzt ist die große Masterfrage. Ähm, naja. Erstmal können wir ja trotzdem die Schilder hier. Eine Gruppe. Gruppe drei waren die. Eins, zwei, zwei, drei, genau. Und jetzt könnten wir versuchen, uns hier langsam vorzuarbeiten. Befehle. Und los! Achso, erst mal von der Seite, ne? Bin zur Stelle. Schild bereit, eure Lordschaft! Ja. Oh. Bogenschützen bereit. Okay. Okay. Hab ich nochmal gespeichert vorher. Achso, bevor ich dir zugeschossen habe. Okay. Okay. Gut. Und speichert. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg, er schuldet? weiter ausmachen gehen ich hab's verstanden positioniert positioniert hier noch mal sprechen wir haben die kuh ganz gut getroffen muss dann einer von dort oben gewesen sein da ist ein neuer hingestellt und speichern eure befehle zur stelle in zur stelle reicht das ja das ist ich kann nicht anvisieren bogenschützen bereit los bereit eure lordschaft seuer im laufschritt meine herr bereits eure lordschaft ladet nahe befehle ihre an der schütze müssen weg zur stelle so gut wie zur stelle angepeilt sie sind geschichte schild bereit eure lordschaft seuer schild bereit ein unmögliches ziel waffen geschultert ladet nach boden gespannt so gut wie tot sie sind geschichte bogenschützen zur stelle bereit eure lordschaft mein bogen ist alle ja so jetzt schießt man den weg sehr gut das haben wir hier offenes feld so grob die gibt zwar noch aber die könnte man dann versuchen von der seite weg zu schießen das ist ein problem ist dann nur die balliste wobei die können wir auch beim ersten sturm mit weg holen mein herr gut also wir bräuchten jetzt unsere drei belagerung typisch die zwei ladekonträgen steine da kann man mal dass sie wirklich schneller laufen auf dem weg erstmal noch speichern und speichern hier der mission ist wirklich vorbereitung alles könnten wir hier über diesen turm versuchen diesen turm zu erwischen dann schießen wir alles zu brei setzen uns auf einen turm schießen da hinten alles zu brei guck mal wie es läuft da ja seid ihr alle da ja die frage ob man das von hier oben vielleicht besser hinkriegen ich versuche mal was und speichern letzter die bock konstruieren belagerungsgeräte zu nah nein treibau bereit sei sehr gut sogar und speichern treibau frei kollege getroffen dann können wir nämlich hier auch noch eine kuh oder zwei reinwerfen die sind mit dieser armbrust schützen loskriegen die armbrust schützen sind nämlich echt das schwierigste nervigste bogenschützen kriegt man auch gut mit unseren armbrust schützen weg von den mauern auch sehr schön das tor möchte ich eigentlich gar nicht zerstören weil ich dann meinen belagerungsturm dran stellen kann um schnell hoch zu kommen sehr schön und jetzt noch einer muss noch treffen gegen nämlich auch schaden wenn sie unseren turm runterfallen so und jetzt muss ich hinkriegen dass die sterben ohne dass der apotheker den zu sehr hilft es muss also ziemlich genauer treffer sein das ist schon mal nicht verkehrt die bogenschützen sind schon weg die armbrust schützen haben ordentlich schaden gekriegt okay einer sogar gestorben aber noch paar schüsse übrig ich habe mir übrig und speichern bereit sei bloß weg damit komm der armbrust schützen muss weg flugbahn ist berechnet nein das vieh ist bereit darfst noch etwas rinnt sein hier ist noch nicht mehr noch ja okay das letzte wort zu viel da geht es für richtete sachen weg wollte ich sagen wir haben wir noch zwei kürze und vier steine und speichern aber wenn es noch versuchen lucky strike mäßig flugbahn ist die balliste mit weg zu kriegen wie man es bei der einen schon hatten ich habe es mit absicht ein bisschen weiter hinten gezielt yes hahaha wie geil ist das denn das hat geklappt hier benötigen steine alter dann habe ich doch selber nicht gedacht dass das klappt oh mein gott oh mein gott das war geil so könnten wir jetzt hier noch ja wenn das also alter das war ja geil dann habe ich das selber nicht gerechnet ja wir benötigen steine wir benötigen eine kur hier okay das sollte für ihn reichen wo ist eigentlich der apotheker hallo also ich werde nicht traurig wenn er weg wäre aber naja gut und speichern die er benötigen letzte kuh letzte bogenschütze naja gut was heißt der eine bogenschütze sei jetzt mal wir benötigen stein der hat einen guten tag erwischt würde ich sagen so wir machen uns auf eure befehle bin zur stelle sind auf dem weg schild bereit eure los wir haben jetzt einfach noch drei schilder das ist eh das sinnvollste dann können wir hier versuchen noch hier vorne erstmal alles ruhig weg zu schießen dann buddeln wir hier auf und stellen uns dann hier auf die türme das sind ja auch wirklich nicht mal viele fangen wo übrigens sind die paar bogenschützen und dann was sie hinten ist also wenn ich dann wirklich mit einem turm hier ran fahre hier sitzen noch ein paar das wäre ja also so gut habe ich mich ja noch nie gespielt und speichert ich gebe zu die idee mit hier in aller ruhe weg zu belagern hatte ich als kind nicht da war ich viel zu ungeduldig für da musste alles mit einem schwung kaputt sein sonst wurde es mir langweilig ich bin ich gerade ein bisschen runter dass wir hier in aller ruhe die leute weg ballern problem ist hier wenn hier feuer ist und die können schießen dass sie meine leute anzünden muss ich mir überlegen vielleicht muss ich auch von hier links waren aber das vielleicht auch feuer und weiß es nicht und speichern waffen geschultert schildbereit eure fehlend ja genau das habe ich befürchtet genau das war meine sorge wie es was machen wir dagegen ich habe schon die idee dass die bewegung schneller geht und klar und los schilder gelaufen wahrscheinlich das möchte ich ja aber nicht wir wissen auf jeden fall das bisher wir haben uns hier irgendwie aufstellen könnten oder hier oben von mir von mein woher von mir aus speichern und speichern zur stelle schildbereit bin zur stelle sind auf dem weg wir können auf jeden fall den hier wegschießen reicht hier auch den das ich kann nicht anvisieren und los ladet ziel angepeilt sire bogenschützenbereit schildbereit eure lordschaft mein bogen ist euer pfeile geschultert so gut wie mein herr bogen gespannt wenn auch noch ein paar schießen und die treffen das reicht mir vollkommen aus und tot komm schießen weg sehr schön bin zur stelle ist jetzt mehr so vielleicht trifft einer vielleicht auch nicht ja lucky strike also nicht die nicht die zigaretten marke ist ja noch ein bogenschützer treffen das reicht schon ja sehr schön das wurde allerdings schon schwieriger ha sagte er und sie haben ihn weggeschossen sehr geil jetzt habe ich hier zumindest keine fernkämpfer mehr auf feuer rumsitzen außer dann ganz hinten da kann ich aber jetzt nichts machen dran das heißt eigentlich muss trotzdem ein bisschen aufpassen hier unten weil die ähm gibt noch diese mörderlöscher hier und so weiter da möchte ich nicht zufälligerweise ein verlieren dran in bewegung schild bereit eure lordschaft ansonsten könnte ich hier versuchen mich hier vorne hin zu stellen wieder aufpassen wie gesagt wegen den mörderlöschern und speichern bereits schild bereit eure lordschaft ja das gefällt mir nicht wie ihr lauft ja da ist schon einer zur stelle eure befehle da ist schon wieder reingelaufen schild bereit eure lordschaft und speichern schild bereit eure lordschaft Achtung ok ich kann nicht anvisieren ja und los schild bereit eure lordschaft seier bogenschützen bereit waffen geschultert und woher hatte ich geschossen ich kann nicht das ist leider nicht möglich ich hab doch grad von irgendwo geschossen ha lass die pfeile fliegen da rechts eure lordschaft das wird jetzt ein bisschen dauern aber ok das reicht auch na siehst du sehr gut zur stelle mein herr schild bereit irgendwelche nahkampf ja nein ok wohin gehen wir hatte ich nicht mehr ach so dann war ein opfer dabei bereit jetzt haben wir ja noch lebt aus was wünscht ihr und los bewegt euch hunde so ja ja bade schlechten tag erwischt womit kann ich die in den graben falls es noch ein paar leute schießen erstmal gucken ich habe noch angst vor dem bogenschützen anführungsstrichen angst anführungsstrichen angst ne das sieht gut aus wie tief ist es schlamm das ist noch ein visual fehler das da nicht offen ist das liegt daran dass da mal eine zugstrücke war wirklich in den graben müsste doch offen sein ja gut einmal zurück bitte und weiter jetzt könnte ich mal kurz gucken mit dem wo ist denn da hier hier kommt mal alle mit vor könnte ich jetzt damit nice da könnte ich auf diesen turm gehen ohne dass ich hier hinten an den nachkämpfen vorbei muss stelle ich ein paar nachkämpfer mit oben drauf und dann ist ruhe ok jetzt nochmal speichern und speichern ich denke solange da jetzt nicht super mäßig viel feuer ist bogen gespannt und so gut wie tot bin zur stelle visiere an sie sind blöd ja sind auf dem weg waffen geschultert das machen wir gleich nochmal und laden ja ich habe einen job für euch nennt euren wunsch ein kinderspiel ja bitte ein leichtes ihr könnt auf uns wohin gehen wir natürlich ein kinderspiel ein leichtes nennt euren gewunden ja bitte ihr könnt auf uns zählen wohin gehen wir so was haben wir jetzt in diese hunde hier los und speichern schild bereit eure lordschaft schild bereit eure lordschaft bogen schützen bereit mhm jetzt in bewegung dass wir alle möglichst gleichzeitig dort eintreffen mein bogen ist euer mein bogen ist euer echt ein ball aus zur stelle mein herr viel angepeilt eure befehle das ist leider nicht möglich bin zur stelle schild bereit euer schild bereit und bogen schützen mein bogen ist euer waffen geschuld bereit eure lordschaft schild und marsch eure befehle das ist leider nicht nur stelle so gut wie tot bin zur stelle das ist ich kann nicht anvisieren ja sind auf dem weg pfeile bereit und los sie sind geschichte sehr schön wir werden alle wohl die leute wegschießen lasst euch Zeit wir haben noch ein paar ritter hinten ne zwei die müssen wir uns ein bisschen in acht nehmen geile scheiße man das läuft ja wie geschmiert waffen geschultert mein bogen ist euer jetzt geben wir da die noch weg da ist auch noch ein schwertkämpfer ja versteckt dahinter ja den kriegen wir das ist gut mein herr beratet nach eure lordschaft okay das wird ja eher ein zufällstauber werden hier oder alle müssen uns ein bisschen mehr hier runter stellen jetzt und speichert eure befehle zur stelle das ist nochmal gesperrt oh da kann man die weg oh und laden schild bereit jede menge schilder unmögliches ziel schild wird neu ja und los vor bogen schützen bereit nicht mehr viele aufgaben für euch aber einer wäre den bergfried freizukriegen schafft ihr das mein bogen ist euer wie sie kurzer prozess nicht so richtig ne die treffen auch nicht geil ok na dann mach doch mal in aller ruhe wenn wir mal einer trifft waffen geschultert so mein herr viel angepeilt das ist ein bisschen lame ich weiß es dauert ein bisschen bereit eure befehle bereit zur stelle ladet nach bin zur stelle bogen gespannt das ist nicht so wichtig die sind wichtiger irgendwie auszuschalten sind wir schon auf 90? ja ok na da wird es in ca stunden episode vielleicht sogar länger aber es ist ja auch ein finale kommt sehr sehr cool ich stecke hier ich stehe hier in meiner deckung und die können nichts machen mhm einzige option wäre er noch was vielleicht nicht ganz so lame ist das versuchen wir mal das werden doch mal eigentlich alle seid gegrüßt einer für alle wir mal vorrücken belagerungsturm wird bewegt allzeit bereit aber natürlich ein kinderspiel ich schieße mir weiter völlig und los ja los ist ok in der zeit möchte ich doch mal versuchen und speichern ja ne nicht du womit kann ich dienen an dieses haus an das tor aus zu fahren das nämlich klappt gut dann speichern wir nochmal und speichern sire bogenschützenbereit schildbereit eure lordschaft können wir nämlich hier anstellen und hier in aller ruhe schildbereit eure lordschaft schild wird neu positioniert waffen geschultert geil müssen wir schaffen oder zur stelle mein herr und sie sehen dass die amt schützen eure befehle haben nur bogenschützen verloren oder fast nur waffen land zur stelle bereit ok bereit kurzer prozess das können wir jetzt mal noch ein bisschen genießen jetzt mal in hier zur stelle gut wie tot die sind ja so alle nachzumachen das ist noch die frage sie sind eure geschichte mein buch und laden los und laden los mein herr fein kurser prozess eure befehle bogen waffen so gut wie tot die frage stelle wie sie sie sind ja sie so stelle wenn die das haben dann können wir ja also dann ob es keine fangen können mehr kein gut das war's und das war's jetzt können wir hier mit allem einfach nennt euren vorrücken ein weiter weg ein weiter weg ja bitte zack 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 sehr wohl mein herr alle schön einfach vorrücken es ist eh egal wie lautet der plan zu befehl sie haben keine chance so cool habe ich mir so noch nie gemacht für die ehre mein bunt so los wie tot das war's junge wolf mach's gut keule und tschüss jeha bunt mich ich werde nicht vor euch niederknien ein leichtes manchmal hilft nur muskelkraft und der letzte schritt auch noch der feind ist bezwungen ihr rammt euer schwert bis zum heft in die brust des wolfs und dreht dann die klinge als er ungläubig auf die offene wunde starrt stößt ihr ihn über die brüstung was war das für eine sequenz naja ok ja wenn wir haben es wunderbar geschafft bisschen schön taktisch langsam vorgehen hat mir gefallen also ja dafür dass die als kind total gehasst habe die mission lief doch super also weiß nicht bin total perplex dass das alles so wunderbar funktioniert hat gucken was jetzt noch so kommt der tod eures vaters ist gerecht der könig sitzt wieder rechtmäßig auf seinem thron nun könnt auch ihr euch ausruhen im ganzen königreich herrscht jubel und alle leben glücklich und zufrieden ja und jetzt sind wir in den credits einwandfrei alle leben glücklich und zufrieden so in märchen mäßig im mittelalter glücklich und zufrieden leben nicht so die schönste zeit ja auf jeden fall eine schöne letzte mission muss man sagen also hätte so wenn ich noch mal darüber nachdenke also nicht so verhasst wie ich es dachte war sondern schön vorsichtig vorrücken mit die bocken alles wegschießen was nicht bei zwei auf den bäumen ist ja die hat mir gefallen die beiden vorhergehenden missionen gegen den wolf ehrlich gesagt waren mir zu schnell und zu einfach also man konnte gar nichts groß aufbauen oder sich überlegen welche einheiten baut man überhaupt weil also gerade in der vorletzten mission da hatte man einfach so viele schwerter und rüstungen so von wegen ja welche einheit baue ich jetzt also nicht so wirklich taktische vielfalt in dem sinne da gab es am anfang missionen gerade gegen die ratte auch wenn ich da denke dieser ihn nannte diese schlechte aussichten oder nicht schlecht aussichten ging noch wo mit denen ein der einen provinz geholfen haben die sich aufgebäumt hat also die war ganz schön knackig aber auch ganz schön knapp wenn ich erinnere also die knappste mission außer die die ich natürlich zwischendurch mal nicht geschafft habe ja stronghold super spiel bestes bestes mittelalter aufbau strategie spiel ever also zumindest allen von allen die ich gespielt habe ja gefällt mir sehr gut hoffentlich hat es euch auch gefallen hoffentlich hat euch meine meine kommentare mein wie sagt man ja doch meine kommentare dazu gefallen hat mir mühe gegeben möglichst viel zu reden gerade auch bei den schweren missionen das ist mir das nicht immer gelungen naja auf jeden fall schönes spiel sehr schön freut mich das scheint schon gewesen zu sein also liebe freunde vielen dank fürs zuschauen ach geht noch was anderes los okay wie auch immer vielen dank fürs zuschauen ich werde das läuft endlich durch ich werde wenn es genug zugruf geht vielleicht nur die wirtschaftskampagne spielen ansonsten war es das hier mit für ein stronghold irgendwann in der zukunft werde ich sicher auch mal den nachfolger stronghold crusader hier auf dem kanal spielen aber bis dahin ist noch einiges anderes auf meiner liste von daher ja freut euch auf weitere max plays mit mir oder andere formate vielleicht fällt mir auch mal noch was anderes ein alles klar vielen dank und bis zum nächsten mal oder zum nächsten max plays ciao